Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei Mass Effect 2. Wir suchen den alten Krogana-Kopf. Und ja, letztes Mal haben wir den alten Doktore rekrutiert und der ist richtig anstrengend. Der ist eine richtige Pussy einfach nur. Aber egal, vielleicht ist er sehr nützlich im Kampf. Und wir können jetzt... wir können jetzt diese Sachen craften und haben herausgefunden, wofür wir dieses Material brauchen, was wir auch den Planeten und so finden. Aber so die Elements Hero und so'n Scheiß. Und ja, du hast tot. Lass ihn brennen. Aber ich dachte, er kann den anderen einführen. Oh Gott, das ist geil. Ah, Alter, das ist echt cool. Dieses Einfreenosmice. Verwundeter Söldner. Ding. Oh, ich hab jetzt auch eine andere Munitionsklasse. Wir können jetzt auch mal füllen. Oh, dann schießt er sofort. Fünf. Dann wechselt er auf Brand Munition. Wow. Oh, shit. Scheiße, scheiße! Ich hör dich da auf zu bluten! Ich werde... Misskerl! Oh, wir müssen auch mal selten das... äh, selten das. Das muss er aber nicht erfahren. Scheffers Outfit ändern. Ich wusste, das ist keine Bärler-Kamera. Das regt mich irgendwie auf. Und hier ist das nicht besonders gut. Ich bin auf die Entfernung. Sie sind Söldner. Oder Allianz. Ich werde... ich werde Ihnen gar nichts sagen. Sie sind nicht in der besten Lage für Verhandlungen. Ich suche einen Kroganer namens Okia. Wem? Sie wissen bereits mehr als ich. Ich... ich erledige nur Kroganer. Der Alte im Labor lässt ständig verrückte Kroganer hier unten los. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt! Außenposten 4. Jedor, wir von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Sie haben den Mann gehört. Er braucht eine Wegbeschreibung. Ich... ich habe die nötigen Informationen nicht. Bevor ich sie wie üblich sammeln konnte, sind sie schon aufgetaucht. Sie haben ganz andere Probleme. Patrouille, äh... Feind östlich von Station 2 gesichtet. Ja. Verstanden. Östlich von 2. Mistkerl, Sie werden ahnungslos mitten in die Kroganer laufen. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Kann ich ihm durch den Rücken schießen? War es nötig, ihm derart Angst zu machen? Vielleicht auch nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Ja, man. Unser Warlord ist irgendwo in Shredors Labor. Shepard hat recht. Shepard hat die fucking Balls, Alter. Wenn Sie verraten, wird er aufgelöst in jeglicher Hinsicht. Feind östlich von mir! Ach! 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 if you see, ever. Ach! Ah! the next one! That's good, guys. That's good! That's good Now that we will head down this way. Gebränen bitte, alle gebränen Gebränen Die Feuer ist gut gegen Menschen und sowas, weil die verfallen dann in Panik und sind mäßig gestunft Und die andere Munition ist, ich glaube gut gegen Schilde und so einen Scheiß Der ist tot Nein, der ist klasse, der Typ, seine Kommentare sind richtig edel Der ist tot Gorgeous Sogar in der Analyse Alle auseinander genommen einfach, einfach so Ist das in Ordnung? Nice Digga, lass ihn mal floaten oder so Come on Yeah, man That's fun, bitch Was geht Kugana? Zugtank Kugana Grüße Shepard? Sie sind anders Neu Sie riechen nicht wie diese Welt Sieben Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten Aber sie... Etwas lässt mich sprechen Sieben Nachtzyklen? Tage? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern Gezüchtet, um zu töten Nein Ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin Das hat die Stimme im Wasser gesagt Deshalb warte ich hier Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Orkir sprechen Die... Glasmutter Sie ist oben Hinter den kaputten Teilen Hinter vielen von euch Fleischwesen Ich zeige den Weg Na also Ohne Probleme Kooperativ sein Ruhe Gewalt Zentraler Aspekt der Kroganer Allrighty Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen Können Sie uns den Weg zeigen, uns beim Durchkämpfen zum Labor helfen? Nein Steckt kein Kampfgeist mehr in ihnen? Ich kämpfe, wenn sie kommen Aber tief in mir spüre ich, dass ich warten muss Ich töte Aber nur hier Ich bin nicht perfekt Aber ich habe einen Zweck Ich muss warten, bis ich gerufen werde Und losgelassen Okay, wenn du das sagst, Pussy Ich gehe nicht bewegen Jawohl Ich bin glücklich Credits, Bitch Sie sind frei! Rennt um Ihr verdammtes Leben und alle Asskollens Einfrieren Aber wenn das so nach Ziel wird von Panzer rumgeschüßt, achso, dann bringt das nichts Das war jetzt gerade recht Andere! Ah, da muss man einfach die Kugel plauden Er ist runtergeschwacht Oh, fuck my life Das ist so witzig Das ist geil, ey Okay, ich habe langsam, jetzt nach 50.000 Stunden langsam Das mit dem Schild gecheckt Wie ich mit meinem Kollegen arbeiten kann Der lässt ihn jetzt hoch Das ist einfach geil Das ist echt geil Oh, jetzt holen wir jetzt erstmal ein Medikit hier Dann holen wir drei Sagen wir Eis Und in die Luft Das ist eine wunderschöne Eis-Skulptur Geil Geil Ey, die arbeiten richtig gut zusammen, die zwei, muss ich sagen Das ist echt... also gegen die Pogana passt das gut, man Der eine macht den Panzer runter mit dem Feuer Der eine lässt ihn schreden Oh, muss ich nicht? Überraschgehen Geil Steig Geraden haben das Raster außer Gefecht gesetzt Wir sehen nichts mehr und werden von allen Seiten beschossen Aufsicht Du hast einfach Pech würde ich sagen Du Pisser Bist einfach rasiert Wo ist mein Team? Okay, los geht's, umgehen wir das Ding hier Ja, mal umgehen, los geht's Ah, das war dumm So, jetzt haben wir es geschafft, das war Schlaum Okay, guys Scout 6 Uhr 6 Uhr Ach, die chillen da hinten irgendwo, Präzisionsgewehr Das sind wir auf jeden Fall mit Station, eine Luftzelle Da und ist nix Öffnen wir in Ruhe die Tür Oh, holy Fuck Crazy Bastards Oh, ohne Probleme Alter, ihr sollt euch nicht in die Raketen stellen, ihr f... Und dann muss ich mal Komm hier rüber Come hier rüber Komm hier rüber Wie, der steh auf Wo ist der Rest von dem Pissern? Ich muss die Racken hier! So, wird's gemacht Okay, wir sind einfach nicht weg Ich gehe rein Ich hab keinen getroffen Ich bin ein fucking Noob Jetzt könntest du bitte oben bleiben Dass ich dir einen Kopfschuss geben kann Thanks a lot, Bitch Das ist so geil Wieso hab ich das nicht genommen? Ich wusste das nicht Ich hätte sie dir auch erdauert fliegen lassen Wir müssen Kuganer konzentrieren, sonst sind wir alle tot Dieser Genie hat ihnen eigentlich Waffen gegeben Tja Irgendein übelst dickes Brain anscheinend Okay, hacken wir Orange Orange Das Das Weiß Blau Das Und das 4000 Credits Bitches Du 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 Was? Brotter Ach was Oh Du Deine Brotter Lass Ah die haben ein Schild, dann wechsle ich mal die Munition Gute Reise Ja jetzt macht das auch Sinn mit den Munitionen Feuer ist gut gegen Schild, dann diese Munition ist gut gegen, keine Ahnung was die haben, oder nein wo vorne ist, gegen dann was anderes oder Panzerung oder, ach weiß der Geier Ja alter was die alles haben Die Berserker haben wir im Griff, aber die fremde Spezialeinheit greift immer noch an Das haben wir Die Berserker haben wir im Griff, aber die fremde Spezialeinheit greift immer noch an Erwischt Meine Schilder sind unten, meine Schilder sind unten ist mir doch egal Wir haben bestimmt schon über 5 Millionen Gegner getötet Wir haben keine Chance gegen was wir jetzt einfach machen Die sehen ziemlich cool aus, aber die droppen ziemlich schnell Wir brauchen sofort den Sanitäter Was ist das Sanitäter hier, der ist weg von dem Das war a lot of damage Ah wir haben den Muni für die Sniper, die Arme an den Sten Die gibt es an der Sten Vielen Dank So die haben wir jetzt wieder gerackt Ist irgendwas tot, nein wo sie eine richtig fette spezialeinheit muss ich sagen leute also wir gehen hier durch die heißes messer durch pura einfach flatsch flatsch wenn du hältst dein schnauze nicht dann ist hier bald schicht in den tschach weiß 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 oben und zack ein bisschen grün ein bisschen grün weiß grün lila ist das hier und kredits 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 sehr schön werden die kredits abgegeiert und in der nächsten folge gehen wir durch diese mit kniffes und dor und schauen was dahinter ist ich hoffe dann kriegen wir endlich den boss kampf den wir brauchen oder was auch immer wir werden sicherlich sehr erfolgreich sein vielen dank fürs zuschauen und haut rein bis zum nächsten